15,1 Prozent der deutschen Startup Gründer sind Frauen. Nur jedes zehnte Startup wird von einem rein weiblichen Team gegründet. 34 Prozent aller Selbstständigen in Deutschland waren im Jahr 2019 Frauen. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es und mache das, was dir Spaß macht. Alles ist möglich, wenn deine Träume fliegen lernen. Also steh auf und verwandle deinen Traum in die Realität. Wir wissen, du kannst es schaffen. Egal was andere sagen. Du kannst es. Mach es.